Guten Abend, liebe Tristanerinnen und Tristan, liebe Tristanerinnen und Tristanerinnen, liebe Tristanerinnen und Tristanerinnen und Tristanerinnen und Tristanerinnen und Tristanerinnen und eine tolle Grüße in unserem neuen Rudolf-Grammich-Stadionisen. Und Sie können wir glauben, ich bin genau so ausgeregt wie wir im Tristanerinnen und Tristanern. Wir haben so heute ein geschichtspächtiges Event hier in Dresden zu feiern. Und liebe Fans, ich würde gerne ein paar Mordes machen. Ich freue mich genau so wie Sie alle auf jede Spinner-Spielstätte. Und wir sollten versuchen, den heutigen Abend würdig zu begeben. Ich darf noch mal erinnern, dass wir 1954 bei den tollen Fußballtrainer haben in Sepp Lärberge gehabt. Hallo liebe Fans, ich glaube, ihr könnt eure Gesenhe heute noch bei einem Fußballstiel in Aktion sein. Wir sollten jetzt gemeinsam ein Versuch. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten, auch vor Monaten, eine schwierige zweite Stoff. Und ich wollte dich eigentlich schon setzen, weil wir beide sind. Ganz einfach in Gedanken. Vielleicht hören Sie mal mal zu, ich wollte nämlich jetzt Dank sagen. Ich danke an die Fans, die es geschafft haben, in den letzten Monaten, trotz der Baumaßnahmen, eine hervorragende Kultur an den Tag zu legen. Nur durch die Fan-Initiative und durch das hervorragende Engagement der Fans ist es uns gelungen, trotz Baumaßnahmen dieses Stadion zu bestieren. Danke an euch allen. Danke an euch allen. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei den Fan-Initiativen bedanken, die ja eben nicht dazu beigetragen haben, dass die Spiele in den letzten Monaten ohne Randale, ohne Aggression gelaufen ist. Und meine Damen und Herren, deswegen bin ich mir sicher, dass wir es schaffen. Wir, das heißt, wir haben immer noch nicht. Wir, das ist mit einer Blick. Die Feuerwehr, mit einer Reichssprache. Wir, das heißt, wir habenUNG! Wir, das war ja nie! Ich finde es toll, dass Sie sich so freien, dass wir gemeinsam mit der Stadt das geschaffen haben. Und die Staaten kommen wieder zu, dass wir auch für den Existenz kommen wollen. dass wir es schaffen, diese Fettkultur, die einzige Anwesen in Deutschland, auch zu erhalten, dass wir es schaffen, unsere Mannschaft den Rücken zu stärken und die am Wochenende natürlich auch zu sportlichen Räumen zu bringen. Meine Damen und Herren, mit dieser Einleitung heute ist nun der Vorgestaltung. Es ist eine schöne Geschichte in Dresden geschrieben, und wir haben jetzt Dresden, der aus dem Weltkarte, das ist ein gutes Mal zu bringen, dafür ballen wir noch ein Herzlichen Glückwunsch an. Wir haben die Weltleiterschaft der Trauerenden im nächsten Jahr im Vorfeld, weil wir im nächsten Jahr und die Weltleiterschaft im Jahr zu kommen werden. Und ich darf auch noch mal deutlich sagen, dass die Stadt an der Seite von Dinamo steht. Und mit der Unterstützung in den nächsten Monaten ist es gelungen, sowohl die Lizenz als auch die sportliche Liga zu halten. Das ist uns wichtig. Und deswegen herzlichen Dank an alle Gemeinschaften. Lassen Sie mich noch Dank sagen an alle, die uns einen Vorsitzenden vorgegetragen haben, dass dieses Stadion heute eröffnet werden kann, wenn die Bauunternehmen, aber auch wenn die Planungsberufe und natürlich auch andere Arscherbüten. Wir haben damit einen langen gelegten Wunsch in Dresden möglich gemacht. Und dafür darf ich heute ganz herzlich verschnitten. Ich freue mich auf den heutigen Abend. Ich freue mich auf eine ruhigere Gemeinschaft in den nächsten Jahren. Und ich freue mich mit Ihnen gemeinsam auf der Ruhs-Hall-WM-2011. Danke schön.